Ja, hey meine Nerds. Erkennt ihr, wo wir sind? Genau da. Wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ja, dann hoffen wir mal, dass bei den Schreinwächter jetzt kaputt kriegen wir. Ich hab nämlich echt keinen Bock mehr. So. Er hat mal voll ins Auge, rein. Ja, und weg schön in den Rücken. Nein. Nein, nein. Jawohl. Das soll mal schön sein. Boah, Alter. Was machst du denn mit an deine Sprungattacke? Die will ich haben. Ja, genau. Ja, das war blöd. Komm, 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 komm. Ach, Mist. Jetzt aber. Jawohl. Ja, hört mal auf jetzt. Ich bin jetzt sowieso platt. Ja, direkt in den Rücken rein. Ich bin jetzt sowieso platt. Ich bin jetzt sowieso platt. Ja. 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 darf man ja ja versuch wird noch mal jedes mal die zähne muss das nervt umheimlich so macht den sprungangriff super ich bin dir jetzt mal besser an als beim letzten mal so aufsammeln so haben wir hier noch die zwei so mach deine eigenen viecher kaputt ja da treffen wir nicht mehr da ist doch Sauber Machst du jetzt deine Blütenattacke oder sowas in der Art? War das nicht so? Ja Sehr schön Hoffentlich ist der Abstand groß genug Das sieht doch schon mal gut aus Du bist jetzt noch keine Energie verloren So Unbedingt zu dem Ding Jetzt gucken, dass ich mein Ding wieder auflade Nein, ich brauche noch keine Energie Kommt mal her, ihr Kleinen Schnell weg, schnell weg Machst du dann noch diese Aufladeattacke, oder nicht? Genau Langsam wird spannend Ach Gott Langsam weiß ich mittlerweile, was ich tun muss Nein, nein Hau ab Genau Gib mir mal die Tränen da Ja, nicht aufgeladen Mist Ah Das unbedingt Energie mal machen Ah Ah, Mist, Mist Mach Energie Oh Gott So, jetzt wieder vorsichtig Was, jetzt eine Sprungattacke oder nicht? Mach dir jetzt nur noch den Terminator oder was? Der Terminator nervt, weißt du das? Das war gerade noch rechtzeitig Leute, ich will nicht mehr Wird schon mal gesagt Mach 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 Auch unbedingt Energie Mach 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 Das kann nicht wahr sein. Echt jetzt? Er hatte nur einen fucking Strich. Leute, ich mach mal kurz eine Raucherpause, ich bin gleich wieder da. So Leute, da bin ich wieder. Jetzt versuchen wir das nochmal und jetzt kriegen wir den aber auch platt. Nämlich keine Lust mehr. Es war so knapp grad. Ey, dreht mich grad immer noch so tierisch auf. Das liegt wieder so beschissen an. Da macht er eine Sprungattacke. Sehr gut. Nervig. Na super, jetzt seh ich das Ding an der Schulter nicht. Ich mach jetzt auch keine Energie, das lohnt sich gar nicht. Ja, genau das war alles was ich wollte. Komm, töte mich jetzt bitte. Nein. So Leute, jetzt drück mir mal die Daumen, dass wir Leute jetzt in einer vernünftige Runde hinkriegen, wie beim letzten Mal. Warte mal. Komm, komm, komm. Ja, das war blöd. Ja, noch getroffen, sehr gut. So, jetzt müsste der ja seine Muskelblumenattacke machen. Das kann doch echt nicht wahr sein. Was soll der, Mist? Boah, der Kontroller spackt grad voll ab. Stimmt, der Mist. Oh, ich muss warten wieder, bis der diese Blütenattacke macht. Ey, das nervt mich. Oh, ich muss die Blütenattacke machen. Oh, was soll der Kack, ey? Mist. ja So weit weg wie möglich So, ich hab so wenig Energie Blöd, ich kann meine Energie nicht mehr aufladen Die Energie sich wenigstens bisschen aufladen würde Zieht ihm das auch so Energie ab? Ja, genau, da ist Regen Das zieht nämlich gar keine Energie ab Ja, Ed Cent Letzter Versuch Nein, Spaß Wir müssen hier irgendwann platt machen Hmm Oh Oh Das war grad blöd von mir Alles wird geduld Ja, genau Genau Das war 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 Schicksale Das war Das war Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das kann nicht wahr sein Ja! Wir haben es endlich geschafft Mann, 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 Mann Das war jetzt aber eine heidene Arbeit So, das habt ihr euch verdient Haut rein Haben wir hier noch was? Mann, Mann, Mann Ja, Leute Wir haben es endlich geschafft Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen Und bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao